Und zwar nicht nur aus Lust und Laune, sondern wenn ihr einem Kellner Trinkgeld gebt, werdet ihr vielleicht mal zuwählen geben, weil ein Kaffee, der zwei Dinar kostet und ihr gebt einen Dinar, also quasi 30% Trinkgeld, das ist zu viel. Aber ein Dinar ist 33 Cent, weniger sogar, 30 Cent inzwischen. Also solche Sachen. Ich möchte euch auch sagen, was ein Kellner verdient, wie die Leute im Moment extrem kämpfen mit einer Inflation, die vom Staat aus geschätzt sind auf 15% und 10-15%. Ich schätze bei gewissen Lebensmittelprodukten weit über 30% und es gibt leider ganz viele Produkte, die im Moment komplett fehlen. Okay, ich habe gehört schlechter Ton. Ich gehe jetzt nochmal kurz auf Mikrofon und ich werde umstellen auf externen Mikrofon. Ich glaube, das ist die richtige Anstellung. Ich habe so viele Mikrofone benutzt. Besser. Okay, das freut mich. Das freut mich. Dass ich immer wieder diese einzelnen Mikrofone wirklich auswählen muss. Okay. Kurz zu mir für diejenigen wenigen, die mich nicht kennen. Hier könnt ihr dann beim Video kurz halten und mal kurz meine Lebensgeschichte erfahren. Wichtig ist zu wissen, dass ich im Moment auf Dscherba lebe. Wir haben heute 32 Grad Sonnenschein, aber ich glaube, bei euch habe ich gehört, ist das Wetter auch okay. Ich habe Bücher geschrieben über bikulturelle Beziehungen. Auch einen Kulturführer mit arabischen Grüßen ist alles aber nur leider auf Amazon Kindle verfügbar. Die Bücherversionen sind alle ausverkauft. Ich unterrichte online Tunesisch. Anfänger fortgeschritten in der Konversation. Ich unterrichte Deutsch, Grammatik vor allem für Tunesierinnen und Tunesier von A1 bis C1 und Französisch. Hey, dieses Wort müsst ihr euch sowieso melden. Hey, sagen wir, wenn wir sagen, los geht's. Hopp. Okay. Ein Dinar, das ist unsere Währung, ein Dinar, sind im Vergleich oder im Gegensatz zum Euro und zum Schweizer Franken nicht 100 Einheiten, Cents und Rappen, sondern 1000 Millimeter. Hier ist die erste kleine Falle. Wenn ihr hört, das kostet 1000. Das sind natürlich, wenn du jetzt da einen Apfel siehst und der sagt dir, das kostet 1000, Madame. 11, 11 ist 1000. Das ist natürlich nie und nimmer 1000 Dinare, das wären 330 Euro. Es sind 1000 Millimeter. Und wir spielen sehr gerne mit großen Zahlen und darum müsst ihr wirklich aufpassen, dass ihr auch beim Rechnen in Betracht zieht, dass ein Dinar nicht durch 100, sondern 1000 geteilt wird. Jetzt kurz zur Währung und zu den Münzen und Banknoten. Diese drei, ein, zwei und fünftausendsten Dinar gibt es nicht mehr. Ich habe sie seit drei Jahren nicht gesehen. Aber wisst ihr, wo die Frechheit ist? Wenn du in der Schweiz, haben wir auch keinen Rappen mehr. Also der Rappen wird nur so als Sammelobjekt gegeben. Aber wenn ein Preis 4,95 Franken ist und du gibst 5 Franken, dann bekommst du deine 5 Rappen zurück. Wenn du in Deutschland 4,99 Euro für etwas zahlen musst und du gibst 5 Euro, dann bekommst du deinen Cent zurück. Vergiss es in Tunesien. Wenn etwas 495 gibt, kostet 495 Millimeter, also einen halben Dinar, dann gibst du 500, dann sagt sie, tschüss, mach's gut. Du kannst lange warten auf deine 5. Die gibt es einfach nicht mehr, weil die Produktion dieser Münzen, die sind aus leichtem, billigem Aluminium, ist wesentlich höher, höher die Produktionskosten als der Wert. Darum gibt es sie nicht mehr. Und der Wert dieser 5 Millimeter sind 0,1 Cent. Als ich Kind war, wenn wir 5 Millimeter bekommen haben, konnten wir 2 bis 3 Bonbons kaufen. Aber das ist eine lange Zeit her. Diese Münzen gibt es ab 10, 20, 50. 10, 20, 50 Millimeter. Die 10er ist etwa 0,25 Cent. Ihr müsst euch vorstellen, das ist nicht 25 Cent, das ist 0,25 Cent. 20 ist etwa 0,5 Cent und bei 50 Millimeter ist es etwa 2 Cent. Jetzt kommen zwei interessante Münzen, nämlich die 100er und die 200er. Für die 200er bekommst du ein Baguette in Tunesien, 7 Cent. Und wegen dieser 200 Millimeter, 7 Cent Brotkosten, hat der Präsident Tunesiens dem WF, der ihm ungefähr 1,9 Milliarden Kredit geben wollte, aber mit der Bedingung, er müsse, der tunesische Staat müsse unter anderem die Brotpreise erhöhen, hat der Präsident gesagt. Nein, danke Freunde. Ich nehme keinen Kredit auf, der mich zwingt, diese 7 Cent anzurühren. Es ist lächerlich billig, aber der tunesische Staat subventioniert das. Und das letzte Mal, wo die Brotpreise 1982, 83, also Dezember, Januar 1982, 83, erhöht wurden, auch wegen eines ausländischen Kredites, da gab es 83 Tote, weil das Brot erhöht wurde. Also du kannst bei den Tunesiern alles machen, nur nicht das Brot erhöhen. Wirklich dieses Baguette, dieses berühmte Brot ist heilig und das kostet 7 Cent. Jetzt könnt ihr euch schon vorstellen, wenn ihr einem Kellner einen Dinar gebt, er kann mit 5 Broten nach Hause gehen. Dann haben wir die halbe Dinar-Münze, 16 Cent wert, den Dinar in der Mitte, er ist ein bisschen größer und der ist ungefähr 33 Cent. Oben rechts seht ihr die ungefähr heutigen Preise des Dinars in Euro und Franken. Und die 2-Dinar-Münze, also ich muss selber heute nach 3 Jahren Tunesien immer wieder schauen, die sind fast gleich groß, ich habe hier das Bild nur ein bisschen unproportional dargestellt, die sind fast gleich groß wie der tunesische Dinar und das sind dann 66 Cent. Jetzt haben wir eine 5er Note und eine 5er Münze und das sind dann ungefähr 1,5 Euro. Aber wer heute 5 Dinar in der Hand hat, der kann einen Kaffee, eine Shisha und vielleicht noch ein Mineralwasser in einem traditionellen Kaffee nehmen, für 1,50 Euro. Natürlich in einem Hotel kostet ein Kaffee allein schon teilweise 5 Dinar. Also hier sind wir schon im Bereich, ja das ist super, viel Geld, 10 und 20 Dinar, also 3 Euro und 6 Euro. Dann kommen schon die größten Minzen, die größten Noten, die wir haben. 50 Dinar, zwei Varianten, die grüne, die ältere, die neue ist hier auf der rechten Seite. Das sind dann, sagen wir mal 17, 18 Euro. Das ist die größte Note, die wir haben. Darum seht ihr Leute, wenn sie mal 5.000 Euro wechseln, weil sie irgendwie etwas kaufen wollen, da kommen sie, da müsst ihr eure Damenhandtasche füllen damit und Männer müssen dann wirklich einen kleinen Koffer mitnehmen. Wenn du Pech hast, du bekommst alles in 10er Noten. Also es ist wirklich, sagen wir mal, 5.000 Euro wären 15.000 Dinar. Wenn du Pech hast und sie gibt dir alles in 10er, dann sind das 1.500 Noten. Und darum habe ich diesen Vergleich hier gemacht. Die größte Note in der EU ist die 500er und die ist 1.650 Dinar. Das sind drei Monatslöhne ungefähr. Und die größte Schweizer Note, die ist 1.000 Schweizer Fränkli und das sind 3.500 Dinar. Das sind 5 bis 6 Monatslöhne. Jetzt, dadurch, dass wir Tausender in Tausender denken und von diesen Tausender eben die Teilung des Dinars in 1.000 Millimeter nicht wegkommen, werdet ihr oft Preise hören wie, mein Lohn ist 1,5 Millionen. Nachher 1.000 Unus, 1,5 Millionen. Sicher nicht Dinar, das wären 500.000 Euro. Es geht um 500 Euro. Die 500 Euro sind 1.500 Dinar mal 1.000 Millimeter, da kommst du auf 1,5 Millionen. Wenn dir jemand sagt, ich habe ein Auto für 40 Millionen gekauft, dann meint er natürlich nicht 40 Millionen Euro eben oder Dinar, sondern er meint 12.000 Euro, also ungefähr eben 40.000 Dinar. Und auch in Häusern spricht man nicht von 300.000 Dinar, sondern die meisten Leute sagen, 300 Millionen, 300 Millionen sind 100.000 Euro. Und wenn du dann sogar ein Stück Land kaufst für 300.000 Euro, ein schönes, großes Stück Land, da kaufst du ein halbes Dorf dafür, dann sprechen wir schon von einer Milliarde. Und die Leute sind manchmal, also verwirrt ist man nicht, man ist nur sich gewöhnt, als Tunesier in Millionen und Milliarden zu reden und Tausenden. Dabei spricht man eigentlich von relativ wenig Geld. Wenn ihr diese hohen Zahlen hört, dann ist es eben nicht so tragisch. Jetzt würde ich euch gerne zwei Sachen zeigen, nämlich die Leistung, die Leistung Tunesiens. Warum ist unser Dinar so tief? Ich habe noch für einen Schweizer Franken sieben Dinar bezahlt. Heute bezahle ich für einen Franken 0,3. Also, sorry, umgekehrt. Ich habe für einen tunesischen Dinar sieben Franken bezahlt. Ist in den 70er, 80er, 90er Jahren teilweise. Und dann ging das runter, 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 runter. Heute ist ein Dinar 0,3 Franken. Unter anderem hat das folgende Begründung. Wenn ihr hier seht, an dritter Stelle, und ich nehme immer wieder die Schweizer, obwohl mir die Tunesier immer wieder sagen, vergleich doch nicht die Schweiz mit. Erstens kenne ich mich aus mit der Schweiz. Zweitens, die Schweiz hat 8,5 Millionen Leute. Wir haben 11 Millionen. Also ähnliche Einwohnerverhältnisse. Ein Schweizer produziert, leistet im Jahr 92.000 Dollar pro Kopf. Das ist Bruttoinlandprodukt. Jetzt kann man natürlich sagen, ja, die Schweizer haben Banken, haben diese, haben Schokolade und haben Käse und so weiter. Ja, wir haben auch einiges. Wir haben Tomaten, wir haben Oliven, wir haben Feigen, wir haben... Aber was wir produzieren, ist 3.897, keine 4.000 Dollar im Jahr pro Kopf. Jetzt was, warum? Diese 92.000 verglichen mit diesen, das ist fast 30 Mal, sagen wir mal 25 Mal mehr. Der Schweizer produziert 25 Mal mehr. Wie produziert man? Indem man hart arbeitet, clever arbeitet. Also irgendetwas machen wir falsch. Wir arbeiten entweder zu wenig, das wissen alle Tuneser und es sind ein, zwei Tuneser hier und das wissen sie. Wir arbeiten viel zu wenig. Wenn wir sagen, achteinhalb Stunden, dann sind es netto zweieinhalb bis drei Stunden. Ich habe eine Statistik gesehen, an der ich selbstverständlich nicht glaube, wonach ein durchschnittlicher, vor allem ein Beamter, etwa zwei Stunden am Tag arbeitet. Dann arbeiten wir unklever, uneffizient, ineffizient. Der Unterschied zwischen einer hohen Produktion und einer tiefe Produktion ist einerseits die Arbeitszeit und andererseits ganz sicher die Effizienz bei der Arbeit. Also jetzt seht ihr, wo wir wirklich Bedarf haben, wo wir auch Potenzial haben. Das zweite Thema, was ihr unbedingt immer wieder im Hinterkopf haben müsst, was verdienen Tunesien im Vergleich zu Europa? Wenn ich hier den allgemeinen gesetzlichen Mindestlohn in Deutschland nehme, zwölf Euro pro Stunde, Freundinnen, Freunde, diese zwölf Euro pro Stunde sind 36 bis 40 heute, 40 Dinar, ich tendiere auch zum Tausend, 40 Dinar, das verdient mein Gärtner täglich in einem Tag, nicht in einer Stunde, an einem Tag. Meine Putzfrau, der gebe ich auch für einen Tag, 40 Dinar, 12 Euro für einen Tag. Mit anderen Worten, ihr könnt die Regel nehmen, ein Tunesier verdient ungefähr einen Zehntel oder einen Achtel eines Europäers, eines Deutschen. Noch weniger natürlich im Vergleich zu einem Tunesier. Jetzt, ich habe hier für euch extra noch einen Anhaltspunkt, nämlich den Benzinpreis. Wenn ihr in Deutschland Benzin kauft, ungefähr 1,80 Euro, nehme ich mal an, das heißt, du kannst für deinen Monatslohn, für den Mindestmonatslohn, Mindestmonatslohn, kannst du etwa 1000 Liter Benzin kaufen. Okay, behaltet das nur so im Hinterkopf. Wenn wir zu den Schweizer gehen, dann wird es noch schlimmer, also noch schöner. Die haben die Schweizer ja pro Kanton einen Mindestlohn, das geht ja nicht für das ganze Land. Wenn man in Zürich oder Genf lebt oder im Appenzeller Land, das ist unterschiedlich. Wenn ihr hier Genf nehmt zum Beispiel, ist der Lohn 4.300 Schweizer Franken, das sind etwa 4.000 Euro. Das ist der Mindestlohn, das bedeutet, in der Regel ist der Durchschnittslohn um 30 Prozent höher. 6.000 bis 7.000 Euro verdient, durchschnittlich der Schweizer in Genf. Und jetzt, der Benzinpreis ist 1,80. So, der kann jetzt hier schon 2.000 Liter Benzin kaufen. Und jetzt haltet euch fest. Ein Tunesier mit dem Mindestlohn, wenn ich schon, ich vergleiche jetzt Äpfel mit Äpfeln, okay? Der verdient 389 Dinar, das ist der Mindestlohn. Und der Benzinpreis ist 2 Dinar. Das heißt, er kann 170, nicht 2.000 Liter, 170, 180 Liter Benzin kaufen. Von mir aus 200, okay? 200 Liter Benzin im Vergleich zu 1.000 in Deutschland und im Vergleich zu 2.000 in der Schweiz. So geht das natürlich auch mit Brot und mit allem anderen auch. Jetzt, was wir im Moment für Schwierigkeiten haben im Land, ist einerseits eine enorme Teuerung. Also von Jahr zu Jahr, also von Monat zu Monat wird alles teurer. Ich gebe euch ein Beispiel. Wenn jemand ein Kilo Fleisch kaufen will, vor drei Jahren noch kostet es 24, 25 Dinar. Also sieben Euro quasi mit heutigem Kurs. Heute ist es 38 Dinar auf Dscherba. Also wirklich nahezu eine Verdoppelung. Also innerhalb von drei Jahren quasi 80% teurer ist einfach grenzt an Unmöglichkeit für gewisse Leute, die den gleichen Lohn haben wie vor drei Jahren. Zweites Thema. Das bedeutet, wenn ihr euch erinnert, wie viel verdient ein Kellner, den ihr kennt. Ein Kellner, den ihr möglicherweise kennt, der verdient, das weiß ich von meinen Leuten, die ich kenne hier, Freunde, die Kellner sind, ein Kellner verdient in der Regel circa 650 bis 700 Dinar, also 650 Dinar. Und dann hat er noch vielleicht, sagen wir mal noch 150, wenn er Glück hat, wenn er nicht in einem All-Inclusive arbeitet, dann hat er 150 Dinar Trinkgeld. Das sind 800 Dinar, keine 300 Euro, 800 Dinar. Jetzt, wenn du das geteilt durch zehn machst, sind das 80 und geteilt nochmal durch zwei, also für 20 Arbeitstage, er arbeitet vielleicht ein bisschen mehr, dann sind das 40 Dinar. Das ist ein Kilo Fleisch, Freunde. Da arbeitet einer von sieben Uhr morgens bis fast sieben Uhr abends und kann ein Kilo Lammfleisch. Dass das nicht mehr lange gut geht, das wissen alle. Also es kocht ein bisschen, die Leute gehen nicht auf die Straße, außer man würde eben das Brot von sieben Cent auf acht Cent, also von 200 Millilien auf 220 Millilien, dann gehen die Leute auf die Straße. Und darum sagen sich die Leute, es ist wirklich das alte römische Wort Brot und Spiele. Brot und Spiele ist einfach Internet, Handy, YouTube und Fernseher. Leider. Das zweite Thema ist, wir haben gewisse Produkte, die fehlen. Ich habe es wirklich erlebt vor kurzem, da hat einer zwei Kilo Zucker mitgenommen. An der Kasse hat sie ihm gesagt, tut mir leid, ich kann dir nur ein Kilo geben. Er sagt, okay, was soll ich machen? Sie sagt, ich kann dir an der Kasse nicht zwei Kilo auf dem gleichen Ticket geben. Also geh hinaus, lass das zweite Kilo hier, geh hinaus, mach eine Runde, komm zurück und dann kaufst du das noch einmal. So weit sind wir leider. Dann Kaffee. Ich war vor zwei Tagen beim größten Kaffee, Röster und Kaffeeverkäufer Tunesiens, Ben Yedder. Die rösten normalerweise Kaffee. Die hatten noch vor einem Jahr, hatten sie den normalen tunesischen Kaffee für die Kaffees und für die Haushalte. Dann hatten sie vier, fünf verschiedene Luxuskaffees aus Kenia, aus Brasilien, aus Äthiopien. Äthiopien, das war der Teuerste, sie haben nichts mehr. Keine einzige Bohne. Und ich habe mit ihnen diskutiert und weiß heute, warum. Und das ist das, was ich im letzten Video erwähnt habe und damit möchte ich fast abschließen. Tunesien importiert Kaffee in zwei Schienen. Der Staat importiert Kaffee und verkauft ihn dem Volk, nicht einmal subventioniert, aber er kauft den billigen Kaffee auf dem Weltmarkt und der war eigentlich immer verfügbar für die Kaffees, für die normalen Haushalte. Ben Yedder importiert privat noch zusätzlichen Luxuskaffee für diejenigen, die es sich leisten können. Jetzt, der Staat hat zu wenig Devisen. Zu wenig Devisen bedeutet, wenn Tunesien etwas kauft im Ausland, dann bezahlen wir selbstverständlich in Dollar oder Euro. Niemand nimmt den DINAR an. Der DINAR übrigens, das ist auch noch ganz wichtig, ist international nicht konvertibel. Das ist aus den 60er Jahren leider so und ist so geblieben und der nächste Präsident hoffentlich wird das irgendwann mal ändern, dass man den DINAR auch im Ausland kaufen kann. Darum darf man auch keine DINARs einführen, theoretisch. Man kann wirklich bestraft werden, wenn man DINAR-Noten ausführt und wieder einführt. Wir machen das alle und ich glaube hier einige Tunesien-Freunde machen das immer wieder. Sie nehmen ein paar DINAR mit raus, theoretisch ist es verboten. Das hat mit der Geldmenge und mit der Kontrolle der Geldmenge M1, M2 zu tun, was auch immer. Wichtig ist, wir bezahlen alles, was wir importieren, in Fremdwährung. Jetzt, wenn ein Jahr gut ist, zum Beispiel wir verkaufen viele Datteln, wir verkaufen viele Oliven, wir verkaufen viel Phosphat, wir verkaufen ein bisschen Erdöl, weil Erdöl importieren wir eher. Dann haben wir eine kleine Devisenreserve und die Zentralbank sagt immer, jeden Monat, okay Freunde, wir haben noch Devisen für 60 Tage, 90 Tage, 55 Tage, 80 Tage und so weiter. Der tunesische Staat setzt dann Prioritäten und sagt, okay, wir haben ein Problem mit den Devisen, zu wenig Devisen, also was kaufen wir zuerst? Maschinen, Medikamente, Technologie und so weiter. Und Kaffee kommt an 37. Stelle, darum vergiss es, die Zentralbank gibt keine Bewilligung für Devisenkauf und Einkauf von Kaffee. Also alles, was wir hier an Mangel haben, viele Tuneser, man spekuliert hier selbstverständlich, man hat Benieder und andere verdächtig, den Kaffee zu horten. Das hat es tatsächlich gegeben, dass einer 90 Tonnen Bananen gehortet hat, damit er den Preis nachher erhöhen kann. Der sitzt jetzt im Gefängnis anscheinend. Aber mit dem Kaffee ist es ganz sicher nicht so, weil die Leute riskieren, ihre Mitarbeiter zu entlassen, wenn jetzt nicht demnächst ein Riesenschiff voller Kaffee kommt. Und viele Kaffees, denen droht wirklich der Bankrott. Was will man in einem Kaffee in Tunesien, wenn es keinen Kaffee mehr gibt? Darum vielleicht so kurz die Zusammenfassung. Deswegen, wir haben einerseits immer noch sehr, sehr tiefe Löhne im Verhältnis zu den Preisen. Es ging früher noch auf und darum sagen ja viele Tunesier, die gute alte Zeit, Klammer unter Ben Ali. Man hatte einen Lohn, wo man eine volle Einkaufstasche täglich nach Hause tragen konnte, mit Gemüse und Früchten und Fleisch und es ging allen viel besser. Heute haben vor allem die ärmeren Menschen wirklich ein Riesenproblem teilweise. Jetzt schalte ich die Aufnahme ab.